der ist dahinten und kommt nicht drauf dahin zu gehen echt jetzt das kann das aber echt nicht sein ich stehe gar nicht keine mehr mechaniker ein bin ich bescheuert also ich fürchte auch mal dass hier neue attraktionen nur sehr selten kommen wird aber wir haben wir aktuell das problem erst mal raus aus den schulden so muss den baum peter zwiger quasi als hilfe um irgendwie raus aus den schulden zu kommen und er hat uns gesagt ausgaben minimieren und das haben wir jetzt einfach mal gemacht das ist von uns ist so viel abfall das kann doch eigentlich sein dass wir so viel Müll haben gut Prozent für Müll kann man aber auch etwas machen wie zum beispiel Mülleimer verteilen man glaubt gar nicht dass das so viel bringt aber Mülleimer bringen echt super viel das meint man im ersten moment gar nicht ist aber wirklich so also die haben eine sehr große auswirkung auf das wegwerfhalten denn wenn Mülleimer da sind rennen die leute immer zu den Mülleimern um und wir können gleich einen zurückzahlen wo weniger zinsen es geht aufwärts oder so ähnlich ja gut in solchen Monaten wie diesen hier könnten wir auch theoretisch die Forschung wieder hoch stellen möchte man meinen ist aber eine blöde Idee denn dann garantiert also wenn der Forschung hochstellen haben wir ja ungefähr 200 Euro Mehrausgaben na das muss man dazu sagen und wenn diese Mehrausgaben hat ist es nicht wirklich gut denn dann hätten wir in diesem Monat wieder rote Zahlen geschrieben aber da ist das das wird echt ätzend wo ist eigentlich unser Mechaniker das war der Familie ich dachte schon nicht dass der da unten ist am ganz anderen Ende das fängt ja schon mal gut an wo ist der Mechaniker hallo der Scooter möchte repariert werden der ist da hinten und kommt nicht drauf dahin zu gehen echt jetzt das kann das aber echt nicht sein ich habe keine Mechaniker ich bin ich bescheuert wie soll ich die mitzahlen nee ey ohne Witz was ist das denn oh Gott jetzt mal wieder viele Leute in den Park gegangen das ist schon sehr toll oi 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 Okay die Dahlen sind sind ähhh immer nur fast 20 Euro gesunken Schon gut und es kommen grad irrsinnig viele Leute in den Park. Was natürlich machen konnte, wäre eine Werbekampagne organisieren. Dazu sollte das Wetter aber besser sein, das mache ich lieber dann erst nächstes Jahr im Juni. Wenn ich tatsächlich glaube, dass dieser, ob Sommer oder Winter ist, ist einfach überhaupt keine Auswirkungen hat. Da hat sich der Eiche jetzt aktuell nicht mal verbessert. Ne, er verschlechtert. Aber wenigstens sieht es keinen zu extrem aus, das ist schon mal sehr gut. Und das hier nennen wir jetzt noch als Attraktion Frisches Blut. Oh yeah. Oh, läuft ganz gut gerade. Und in den Park Leute. Gut, das ist schon mal nicht gut, um die Tage noch vor dem Zahltag auszusetzen. Äh, runterzusetzen, meine ich. Yay. Da den Abstottern, für du mies. Natürlich könnte ich jetzt cheaten und einfach, äh. Oh, wir haben auf einmal ganz, ganz viel Geld. Mit zweimal cheaten. Ah, kann ich jetzt eigentlich eigentlich das Szenario schon beenden, oder? So. Ich finde die Szenario-Ziele hier. Verkehrsteil 600 und Besuch am Park 600. Okay, Besuch am Park wird nochmal schwierig. Das ist, das ist klar. Die werde ich wahrscheinlich nicht so gut tracken können. Ähm, aber nein. Na, was geht denn hier gerade ab? Dass hier so viele Leute rein gehen. Wieso haben wir so viele Parkeinnahmen? Ohne Witz. Verstehe ich gerade gar nicht. Okay. Ich glaube übrigens, dass eine Attraktion zum Erforschen, äh, ziemlich genau 1000 Euro kostet. Das heißt, nach 100 Monaten, haben wir eine neue Attraktion. Und so müsste sich das ungefähr berechnen. Oder halt irgendein Wert? Oder warte, ne. Vielleicht, zum Erforschen, kostet das den Kreis, den die Bahn selber belöstet. Das andere Ding ist halt, dass diese Rechnung bei Achterbahn dann nicht aufregen kann. Ich bin gespannt. Komm, geht in den Park. Nicht? Arschgei. Mann. So. Aber wenigstens haben wir, äh, äh, den meisten Überschuss tatsächlich durch die Park-Adress-Karten. Das heißt, irgendwann, wenn genug Leute im Park sind, wird es möglich sein, ähm, den Park über die Ladenverkäufe zu finanzieren. Und den Rest, die Parkeintrittskarten quasi als, ähm, Bonus zu sehen. Es wird mal hinhauen. Es wird mal hinhauen. Oh, oh, oh. Aber taucht mir. Ähm, erstmal noch ein bisschen Szenerie hören. Das ist nämlich viel schöner, wenn die Szenerie auch steht Oh, ich hab kein Geld mehr Yay Dafür haben wir jetzt hier unten Wege Die Leute können da lang gehen Ach ja Wow Warum das so viel gekostet hat Ach, deswegen haben wir so wenig Geld mit diesem Monat Keine Leute in den Park gekommen sind Die letzten Leute in den Park rein Ähm Okay, das hat auch mal geklappt Wir brauchen mehr Toiletten So, okay Geil Interessant Okay, was geht hier gerade ab? Sind wir noch ein paar Leute in den Park gekommen? Interessant Ja, 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 so Wie wir einfach jetzt schon wieder besser dastehen, weil viel mehr Leute in den Park gegangen sind Ehhh, echt blöd Wir können da auch keine wirklichen Bahnen bauen. Ich weiß nicht, dass die sich drehen kann. Ich weiß nicht, dass die sich drehen kann. Die Maus bauen und die irgendwo hinstellen. Ach komm. Machen wir einfach. Ähm, und wo ist die Frage? Eigentlich hier vorne wäre es am besten. Machen wir das einfach mal. Achterwahl. Bauen. Äh, ja. Ah, das ist ja die mit der senkrechten Kette. Alles klar. Warte mal, wenn ich das jetzt hier auf Geld stelle. Ähm. Warte mal. Warte mal. ja weil so war so normal dreht sich das so funktioniert es komme ich noch das geht es ist schon Ui Alles ab Ok, hier muss ich jetzt aber schnell nichts draus Oh Wenn ich mich richtig erinnern, der wilde Maus hat doch keine Bremsen, oder? Doch hat sie ihn Puh Bei der wilde Maus kann man sich nämlich auch ganz schnell in die Richtung Übelkeitsbewertung 2000 verbauen Und ja, das geht wirklich, ist natürlich die Frage Schafft das Ding in die 14 Meter Höhe? Oh Wow, nice Oh, nirgends dann sogar einen senkrechten anschließend rein Hm Ah Alles klar Ähm Okay Ich bin sehr gespannt auf die Testergebnisse von dem Ding Damit das Ding in der Konstruktionshekartei wird auch gekostet, aber Jep Gut Das war ein Fehlschlag Ich glaube, das war die erste Achter, die ich gefällt habe Ich glaube fast, dann bauen wir tatsächlich lieber eine vorgefertigte Das ist ja auch nicht so riesig So schlimm Wieso hat die da so einen langen Anstieg Mmm Mmm Um 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 Wenn wir dann bauen wir die jetzt hier hinten, ne? Ich baue die jetzt einfach. Oh Gott, welche war das jetzt? Die wollte ich bauen. Nice. Gut. Machen wir einfach mal den Berg hier platt. Ich werde es eh nur stören. Ähm. Ähm. Schrauben wir mal an den Parkeintritts reisen. Weil. Äh. Ja. Wir haben jetzt zwei Achterbahnen. Äh. Ist in 15 Euro durchaus gerechtfertigt. Finde ich. Äh. So. Äh. Ja. Ach. Müssen wir mal schauen. Wir haben jetzt zumindest um die 600 Besucher im Park geknackt. Ja. Ja. Untertitelung. BR 2018 Die Okay. Um. Ähm. Wir gucken jetzt aber sehr knapp immer an den Dingern rum hier. Also, äh, Hintergrund der ganzen Aktion ist jetzt mehr Besucher in den Park kriegen. Mehr Parkeinnahmen auf der ersten oder der anderen Seite. Und dann eben auch durch Fressbuben und so weiter. Und dass wir halt kontinuierlich mehr Besucher im Park haben. Wäre natürlich auch eine nette Sache. Äh, ja. Also, allmählich ist es schon fast ein bisschen frustrierend hier. Wenn man jetzt hier sieht, sie müssen, äh, aktuell steigen, äh, die Parkeintrittspreise durch die Decke. Der Rest nicht so, der ist eher etwas eingebrochen. Aber, naja. Jetzt ist es über 800 Geld, äh, ja, Geld. Euro. Wir haben ja sogar eine Einheit. Doch, okay, sind wir schon bei 1000. Bei 1000 Euro gestiegen. Und damit sieht man jetzt erstmal, wenn mal Leute in den Park kommen, haben wir auch, äh, stolze Nein drin. Und damit muss man hier halt kalkulieren. Ist halt so. Gut, warum gehen da Leute auch in den Park, wenn es gar nicht mithugt. Das ist eine andere Sache, auf die ich überhaupt keine Antwort weiß. Aber, naja, frisches Blut. Ich sitze jetzt schon wieder über eine Stunde in diesem Park. Ich werde definitiv hier viel mehr zusammenschneiden. Äh, je. Ich würde sagen, ich mache jetzt aber nichts mehr, belasse es hier alles so. Und es gibt dann einen Cut, wenn ich die Lade zurückgezahlt habe. So, da sind wir wieder. Boah, das sind drei Jahre vergangen in Game Mode 2. Boah. Oh. Überraschung. Wir haben es geschafft. Gut. Das war frisches Blut. Können wir theoretisch noch in den zweiten Park reinschauen, den ich hier gebaut habe. Ähm. Ne, machen wir nicht nächstes Mal gezahlt habe mit Insel Hopping. Mal einen ganz besonderen kleinen Trick. Den freue ich mich schon ganz besonders. Wir können uns hier, also nächstes Mal gibt es eine Challenge, wie schnell wir den Mist hier zu Ende kriegen wir Insel Hopping. Bis dahin und auf Wiedersehen. Bis dahin und auf Wiedersehen.